Der Preis ist der üblicherweise in Geldeinheiten realisierte Wert eines Gutes oder einer Dienstleistung. Das Ergebnis einer Schätzung ist immer ein Wert und kein Preis. Der geschätzte Wert eines Objekts wird durch Orientierung an Vergleichsobjekten ermittelt und bleibt daher abstrakt. Der Begriff Preis ist objektiv und konkret. Er manifestiert sich erst beim tatsächlichen Verkauf. Solange der Wert nicht realisiert wird, stellt er nur eine Preisforderung des Anbieters oder ein Preisgebot des Nachfragers dar. Erst wenn sich Anbieter und Nachfrager im Verhandlungsprozess auf einen bestimmten Wert einigen und einen Kaufvertrag schließen, entsteht der realisierte Preiskonsumentenwilligen oft ohne Preisverhandlung in die Preisforderung des Verkäufers ein. Der Preis, der auf einem freien Markt zwischen mehreren Anbietern und Nachfragern zum Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt, wird als Marktpreis oder Gleichgewichtspreis bezeichnet Preisfunktionen. Die Indikatorfunktion wird auch Knappheitsfunktion oder Signalfunktion genannt. Preise werden insbesondere in der Volkswirtschaftslehre als Indikatoren für die Knappheit von Gütern angesehen. Ein steigender Preis signalisiert den Anbietern eine gestiegene Nachfrage und damit einen attraktiven Markt. Beispiel anhand der Preisabsatzmengenfunktion, es wird von einer Verschiebung der Nachfrage nach rechts ausgegangen. D. H. Die Nachfrage nach einem Produkt steigt. Wenn die Nutzeneinschätzung der Verbraucher durch Werbung und oder Preiserhöhungen bei Substituten steigt, der Preis reagiert flexibler als die Absatzmenge. Damit steigt der Preis bei gleichbleibender Menge auf ein höheres Niveau. Die Koordinierungsfunktion des Preises wird auch Ausgleichsfunktion genannt. Die Haushalte und Unternehmen nutzen den Preis, um ihre individuellen Pläne aufeinander abzustimmen. Beispiel anhand der Preisabsatzmengenfunktion, der Preis ist durch die kurzfristige Anpassung an die gestiegene Nachfrage gestiegen. Mittel- bis langfristig reagieren die Unternehmen mit dem Ausweiten des Angebotes. Dabei orientieren sie sich jedoch an dem durch die kurzfristige Anpassung zu hohen Preis. Es entsteht ein Angebotsüberschuss. Durch den Angebotsüberschuss werden die Märkte nicht mehr geräumt. D. H. Es wird mehr Ware angeboten, als die Nachfrager zu diesem Preis bereit sind, abzunehmen. Der Preis pendelt sich im Bereich des neuen Marktgleichgewichtes ein. 3. Preise lenken die Produktionsfaktoren in die Wirtschaftsbereiche, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die Allokationsfunktion sorgt bei Unternehmen für eine effiziente Verwendung knapper Ressourcen. Beispiel Abwerbung von Arbeitskräften durch Unternehmen während des sogenannten Superbooms zu Beginn der 70er Jahre durch Zahlung höherer Löhne. Ein höherer Preis stellt für die Unternehmen eine Motivation dar, das entsprechende Gut zu produzieren. Dazu werden typischerweise Produktionsfaktoren realloziert. D. H. Von der Produktion anderer, niedrigpreisiger Güter abgezogen und in die Produktion des aktuellen Gutes investiert. Der durch Angebot und Nachfrage gebildete Gleichgewichtspreis gewährleistet bei entsprechenden Annahmen und unter den normativen Zielvorstellungen. Der Neoklassik. Dass sie zu einem gegebenen Zeitpunkt vorhandenen Produktionsfaktoren dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen bringen. Bei niedrigen Preisen stoppt das Unternehmen die Produktion. Beispiel anhand der Preisabsatzmengenfunktion. Durch das Eintreten neuer Anbieter in den Marktproduktionsausweitung verschiebt sich die Angebotskurve nach rechts. Die Verschiebung orientiert sich an dem Preisniveau P2. Es entsteht ein Angebotsüberschuss. Dieser Angebotsüberschuss sorgt für ein Sinken der Preise bis auf den neuen Gleichgewichtspreis P3. Durch niedrige Preise soll der Kunde animiert werden, ein Gut zu erwerben. Mit der Frage, wie mit Hilfe der Preisgestaltung Kaufanreize gesetzt werden, beschäftigt sich die Preispolitik. Bei einem Nachfragerückgang sinken Preis- und Absatzmenge. Dadurch entstehen bei den nicht wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen Verluste. Diese führen entweder zu einer Marktbeeinigung, da diese Unternehmen die Produktion umstellen, Insolvenz anmelden müssen oder zu Strukturkrisen betroffener Branchen Preisbildung. Die Preisbildung auf einem polypolistischen freien Markt erfolgt theoretisch durch die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage. Wobei vorausgesetzt wird, dass Markttransparenz besteht. In diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass sich der Preis auf einem kompetitiven Markt so einpendelt. Dass er Angebot und Nachfrage ausgleicht, die dabei entstehende Preismenge-Kombination ist das Marktgleichgewicht. Übersteigt das Angebot die Nachfrage, so sinkt der Preis. Zu diesem tieferen Preis sind mehr Nachfrager bereit, das Produkt zu kaufen, aber weniger Anbieter bereit, das Gut anzubieten. Die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt, damit wird erneut ein Gleichgewicht erreicht. Preise entstehen jedes Mal, wenn Käufer und Verkäufer einen Vertrag über den monetären Gegenwert eines übertragenen Gutes schließen. Jeder realisierte Preis stellt das Ergebnis der Verhandlung über die Preisforderung eines Anbieters und das Preisgebot eines Nachfragers dar. Den Kaufleuten ist dieser marktwirtschaftliche Preisbildungsprozess mit all seinen situations- und machtspezifischen Einflüssen der dynamischen Marktseitenverhältnisse vertraut. Den meisten Konsumenten ist er jedoch nicht bewusst, da sie im Regelfall nicht über die effektive Preishöhe verhandeln, sondern ausdrücklich oder stillschweigend in die Preisforderung des Anbieters einwilligen. Entsprechend bildet sich der Kurs als Preis für Wertpapiere und der Zins als Preis für Geh- oder Verlierendes Geld. Mit abnehmender Zahl der Anbieter und Abnehmer eines Gutes weicht die Preisbildung von den oben beschriebenen Prinzipien ab und wird unstetiger. Bei einem unilateralen Monopol bestimmt der Anbieter oder der Abnehmer allein den Preis und in einem bilateralen Monopol ist die Preisfindung oft Willkürlich Bestandteile eines Preises Rohstoffe, Kosten für Rohstoffe aus dem die Ware besteht Energie, Stromkosten zur Herstellung Arbeitslohn Entgelt für die Leistung des Arbeitnehmers Marketing zur Steigerung der Bekanntheit Logistik, Transportkosten Lagerhaltung, Lagerungskosten Kapitalkosten, Zinssatz für produktionsnotwendiges Fremdkapital Steuern, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, Tabaksteuer Kosten und Begehrtheit Kosten Die Kosten bilden die Preisuntergrenze, wenn ohne Verlust gewirtschaftet werden soll. Für den Umsatz sind die Kosten aber nicht alles. Dazu kommt noch die Begehrtheit eines Gutes, um Gewinne zu erzielen, die über die kalkulatorischen Zinsen und den Unternehmerlohn hinausgehen. Die Begehrtheit eines Gutes ist seine Wertschätzung, eine bestimmte Geldmenge an den Anbieter zu übertragen. Es gibt in der Volkswirtschaft Phasen. Wenn zum Beispiel die Erwartungen der Nachfrager durch eine negative Einschätzung der Zukunft beeinträchtigt sind, den Kauf eines Gutes zu verschieben oder ganz darauf zu verzichten. Wenn Güter weltweit angeboten werden, dann kommt noch das Wechselkursverhältnis ins Spiel. Deshalb muss die Währungsrelation Bestandteil von Kalkulationen werden. Währungsrelationen Die Güter können in verschiedenen Währungen angeboten werden. Die Umrechnung eines Gutes in die jeweilige Landeswährung kann zu einem Preisvorteil führen, der das Gut für den Nachfrager besonders attraktiv macht. Damit kann sich ein Arbitragevorteil realisieren lassen. Allerdings wird dieser Vorteil kleiner. Wenn die Nachfrage nach Gütern aus einem bestimmten Währungsraum zu einer starken Devisennachfrage führt und sich damit der Preis der Devise verteuert. Der Anbieter, Verkäufer bzw. Nachfrager, Käufer in einem Währungsgebiet kann Preisvorteile durch unterschiedliche Selbstkosten je Region realisieren. Wenn die Währungsrelation außer Kraft gesetzt worden ist. Eine Abpufferung von Kostenunterschieden durch nationale Währungen entfällt in diesen Fällen. In der Europäischen Union sind die Relationen der nationalen Währungen untereinander zeitpunktabhängig festgeschrieben worden. So dass die unterschiedlichen Selbstkosten je gut dem Nachfrager einen unmittelbaren Preisvorteil einbringen können. Wenn der Anbieter den Preisvorteil weitergeben würde, der Nachfrager gibt weniger Geld aus und kann damit zusätzlichen Bedarf bedecken. Auch der Anbieter kann Einsparungen realisieren, die er anderweitig anlegen kann, wenn der Wettbewerb dies zulässt. Allerdings provoziert die Festschreibung der Währungsunterschiede in der EU dann Anpassungssubventionen aus Steuermitteln. Wodurch die Ersparnis beim Kauf durch Steuererhöhungen abgeschöpft werden kann. Besondere Preisbezeichnungen im Handel Ist der dem Einzelhändler vom Hersteller oder Importeur empfohlene und an Konsumenten gerichtete Verkaufspreis für eine Markenware. Die Verbraucherpreisempfehlung Geben Hersteller oder Großhändler Einzelhändlern oder anderen Gewerbetreibenden unverbindliche Weiterverkaufspreise Für mehrere Artikel in einer Preisliste zusammengefasst an die Hand, die nicht zur Konsumenteninformation gedacht sind, handelt es sich um Händlerpreisempfehlungen. Der ungefähre aktuelle durchschnittliche Verkaufspreis an in Verbraucher in Geschäften und bei Versandhändlern. Bei Nennung eines Straßenpreises in Produktvergleichen werden erfahrungsgemäß nur die niedrigsten Angebote berücksichtigt. Bei Stückgut der Preis für ein Stück in der kleinsten erhältlichen Menge, bei lose verkauftem Stückgut der Preis für eine Menge in Einheit einer Ware. Wie Liter wird meist auf eine einzelne Rechnungsposition bezogen und ergibt sich aus dem Einzelpreis multipliziert mit der berechneten Menge. Wenn er auf die gesamte Rechnung bezogen wird, entspricht er der Summe der Gesamtpreise der Rechnungspositionen einschließlich weiterer Beträge wie Umsatzsteuer, Anlieferung, Montage. Ein Preis ohne die gesetzliche Umsatzsteuer. Erste die zu zahlende Umsatzsteuer enthalten, spricht man vom Bruttopreis, der Preis je Mengeneinheit. Dieser ist in unmittelbarer Nähe des Endpreises leicht erkennbar und deutlich lesbar anzugeben. Mengeneinheit für den Grundpreis ist grundsätzlich jeweils ein Kilogramm, ein Liter, eins Kubikmeter, ein Meter oder eins Quadratmeter der Ware. Die Auszeichnung des Grundpreises verlangt die Grundpreisverordnung, normiert in zwei der Preisangabenverordnung. Weisen Verkaufspreise als glatte oder als gebrochene Beträge aus, zum Beispiel 350 Euro oder 89 Euro und 99 Cent. Die Entscheidung für die eine oder andere Darstellungsweise spielt eine strategische Rolle bei der psychologischen Preispolitik. Sind im Handel als Wettbewerbsinstrument in zwei Varianten verbreitet. A. Als Gegenüberstellung der UVP des Herstellers mit der eigenen Preisforderung. B. Als Gegenüberstellung der eigenen alten mit der eigenen neuen Preisforderung für denselben Artikel. B. Preisgegenüberstellungen sind zu unterscheiden von Preisvergleichen. Letztere stellen eine Gegenüberstellung von zwei oder mehreren Preisforderungen für identische Waren oder gleichartige Dienstleistungen. Verschiedene Anbieter dar. Ein Sammelbegriff für werblich herausgestellte, Assoziationen auslösende, oft auf einen bestimmten Anlass anspielende Preisbezeichnungen Spezialgebiete. Die Preispolitik verfolgt als Verkaufspreispolitik hauptsächlich das Ziel, mit Hilfe der Preisgestaltung Kaufanreize zu setzen. Während sie als Einkaufspreispolitik mit Hilfe von distributiven Gegenleistungen und oder auf dem Verhandlungsweg auf die Senkung von Einkaufspreisen zielt. Es kann direkte und indirekte Preispolitik unterschieden werden. Bei direkter oder offener Preispolitik wird das Entgelt bei gleichbleibender Leistung geändert. Bei indirekter oder verdeckter Preispolitik wird die Leistung bei gleichbleibendem Entgelt geändert. Die Preispsychologie spielt besonders im Handel und im Handelsmarketing eine große Rolle, indem sämtliche Managemententscheidungen über Einkaufs- oder Verkaufspreise sowie über Handelsspannen psychologisch überprüft werden. Es stehen zahlreiche psychostrategische und psychotaktische Preisgestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Preisoptimierung bezeichnet alle Verfahren, die die bestehenden Preise im Produktionsprogramm eines Herstellers oder im Sortiment eines Händlers so gestalten, dass sich für den Anbieter durch verändertes Kaufverhalten bessere Erträge ergeben. Bevor ein Produkt in den Markt eingeführt wird, sollte eine Preisstrategie festgelegt werden. Ein Preisindex ist ein statistisches Konstrukt, das eine Aussage über die Entwicklung des Preisniveaus und über die Rate der Inflation in der gesamten Volkswirtschaft oder in einem volkswirtschaftlichen Sektor erlaubt. Der Preisvergleich ist eine Gegenüberstellung von zu einem bestimmten Zeitpunkt empirisch ermittelten Preisen für identische Waren oder gleichartige Dienstleistungen verschiedener Anbieter oder Nachfrager für denselben Zweck. Gegenüberstellungen von Verkaufspreisen Gedacht als verbraucherpolitisches Instrument zur Verbesserung der Marktübersicht für Konsumenten und zur Senkung ihrer Informationskosten Vermögen die lokal oder regional verglichenen Preise für isolierte Waren die Leistungsfähigkeit der erfassten Anbieter im Handel jedoch nicht exakt wiederzuspiegeln, vor allem wegen zahlreicher wirtschaftlicher und methodischer Implikationen. Nach frühen Versuchen in den 1980er Jahren stellten die Preisvergleiche erstellenden Verbraucherorganisationen diese Arbeit wieder ein. Die von sogenannten Preisagenturen und Betreibern von Suchmaschinen erstellten Online-Preisvergleiche für bestimmte Waren und Dienste von Online-Anbietern haben hingegen weite Verbreitung und Akzeptanz gefunden.